woher hier das Zeug so ist es halt wenn man mit Ambush verliert wir haben den Turm natürlich vorher getestet was sie jetzt hingetan ja muss ja wir haben noch gar keinen getroffen aber suchen wo der ist da hat's noch gar nicht so gut und da fliegt er da verabschiede ich mich da ja dann wird das natürlich schon schön erst mal ausgetüftet wär blöd wenn wir das bauen nicht funktioniert ja nö so äh da da bin ich wieder so das dauert 64 durch 4 sind ne 28 ne 18 na wenn da mal jemanden stehen bei den Rechten schon offen hatte kann man sogar mal probieren ob das funktioniert da anpflanzen da anpflanzen da anpflanzen da anpflanzen die da anpflanzen wo gibt's die denn nicht hier gibt's nur dort da stich mir gut Luft holen ja wenn es jetzt nicht funktioniert dann ist irgendwas schief gelaufen da in der o so soll ich den schalter jetzt mal betätigen da kommt der ganze bambusch es müssten ja warte wie viel müsste es sein 32 30. Jetzt hatte ich noch 16. Oh. Kommt noch mehr. Noch mehr. Hm? Kommt da her. Ein mehr von Bambusch. Ich habe jetzt aufgenommen... Oh, das ist ganz einfach. 26. Hier unten liegt auch noch was. Wann kann ich denn das näher aufsammeln? Der hängt irgendwo. Der Bambushhänger? Da oben hängt der irgendwie fest. Genau. Hier kommt der immer runtergefallen. Ja, jetzt passt so. Ja, auf jeden Fall kommt alles so einigermaßen runter. Nee. Kannst du kurz nachgucken, wie man einen Trichter baut? Trichter? Ja, ein Trichter. Das sind natürlich wieder hier Anfragen, die extra kosten. Hm. Schade, das hätten wir auch machen können. Naja, das ist zu spät. Ja. Finde ich auch. Wir brauchen einen Trichter. Da, oh, da brauchen wir Eisen und eine Truhe. Wie geht das? Äh, Truhe in der Mitte. Komplett in der Mitte. Wann mach ich mir das mal? Wo hast du das Holz hin getan? Wir sind da in die, äh, eine Truhe da. Da haben wir uns. Diesen. So, also eine Truhe. Ja, eine Truhe hab ich. In die Mitte? Ja. Und dann, ähm, unten drunter Eisen. Warte, warum? Eisen muss ich holen? Also, Truhe in die Mitte und drunter Eisen, ja? Und sowohl rechts als auch links von der Truhe Eisen? Mhm. Und darüber auch nochmal Eisen. Jeweils über die zwei Eisen nochmal. Ne, irgendwie haut das nicht so schön. Doch, doch, das haut hin. Naviert. Da Eisen so ein U, oder was? Ne, kein U. Hä? Unter die Truhe einfach nur, genau, unter die Truhe ein Eisen. Ach, so, jetzt hab ich's. Jetzt hab ich's. Gut, gut. Huch. Was war das denn noch tun? Wo, du, nur eine? Boah, was macht das denn hier? Gut. Könnte ich bloß, ne, reicht nur zwei am besten. Wollen wir mal sehen, wie wir das jetzt machen. Hm. Wenn ich das da wegmach, so. Und da quasi eine Truhe aufhinden. Und da quasi den, bricht da rein. Das sieht so cool aus. Warum? Da geht die Truhe nicht mehr. Sieht's blöd aus? Nee, aber, das sieht eigentlich cool aus, aber so geht ja die Truhe nicht auf. Was ist ein Tisch? Nee, das sieht so cool aus. Nee, das sieht so cool aus. Ich weiß nicht, ob der Trichter sich dann automatisch damit verbindet. Das wär ja cool. Geh weg. Nee. Müßte ich da eventuell den Trichter neu setzen? Na nee, der verbindet sich ja bloß mit E-Nature. Oder wir machen das Ganze in den Boden. Das, äh, könnte auch funktionieren. Dann könnte man zur Nutzung sich einfach hier reinstellen und direkt abzapfen. Abzapfen. Äh, man kann nicht überlegen, wie das am besten läuft. Äh, mein Eisenachse ist gleich kaputt. Oh. Das ist natürlich eher ärgerlich. Ja. Boah. Aber was soll ich. Da könnte man das doch nicht. Es wäre nicht das Erdwerkzeug. Hm. Oder geht das? Nee, das geht nicht. Das kann eher eh bloß eine Truhe dann quasi sein. Ja, wenn er nur eine anschauen kann, dann ja. Können wir auch hier die Truhe dann quasi einsetzen. Und da den Trichter anpassen. So geht das nicht. Was ist denn hier los? Wasser. Hä, wieso? Oh nee, jetzt muss ich das zubauen, damit das funktioniert. Mach doch bitte das Wasser wieder weg. Warte. Ich mach das mal hier ins Hinderl, bis hier unten weg. Das muss doch nicht sein. Doch schon. Da, nein. Das wollen wir doch auch an. Ich komme nicht weiter. So, also das war schon mal nichts. Nix, ah, nix, ah. Nix, ah. Ja, das ist ja so kompliziert hier. Da musst du ja da allen möglichen Mist hier fabrizieren. Da musst du das hier unten im Turm, glaube ich, nochmal ein bisschen abändern. Oh, abändern würden. Ja, das gefällt mir, findest du nicht. Du wirst schon ein bisschen Maschen tust. Hier hängt doch die Fackel irgendwo, da oben hängt die, oh Gott. Können wir ja den Turm nochmal neu bauen. Hm. Haben ja zum Glück jetzt nicht hier irgendwie fünf Folgen oder so damit zugebracht. Oder drei. Hm. Das ist ja alles noch, ob wir umändern. So, da hängt die Fackel dran. Dann brauche ich da was. Da was. Da was. Wie mache ich denn das denn hier? Da hänge ich lieber da die Fackel dran. Da wäre der Schalter hier vorne her, das wäre okay. Na toll. Ist ja eh klar. Weckst ja eh noch nicht. Nee. Jedenfalls. Daaaan, dann brauche ich äh. Der Sudan. Oh, ich brauche noch jetzt heute. Hier was? Äh, hier in der Ecke irgendwie noch ne Fackel. Also am besten da was. Brauche ich hier noch ne Fackel? Oder? Ja. Oder brauche ich hier noch was? Jetzt irgendwie mal da hoch. Isene, isene, isene. So, das brauchen wir noch den Rest. Kann ich das da hinnehmen und da hinnehmen? Diese Geräusche immer zwischendurch. Ja, na ja. Wo man einfach nicht weiß, wie man sich zuordnen soll. So. Oh nee, jetzt habe ich hier irgendwie Bambus wieder eingesammelt, oder? Oh. Oder nicht? Nee, eher nicht. Ist noch keiner gewachsen. So. Ist das nicht, äh, der Sinn, äh, der Farm, dass man Bambus sammelt? Ja. Dann nimmst du der Knopf, der hier, boah, der ist der ja erfunde sein, ne, wäre auch blöd. Hm. Hm. Da ist Glas. Wo ist Glas? Uh, da, was mir da noch einfällt. Achso, kann er noch nicht gehen. Da muss man quasi hier noch. Schlaf mal eben. Hm. So, passt. Neuer Tag, äh, neue, äh, Baumfarm. Gut, ich mache das hier nochmal weg. Ich habe ja keine Dings mehr. Was machst du hier? Ah, jetzt ist einer gewachsen. Ich, yeah. Schwimm mal ein Stück. Kannst du die Truhe mal schnell abbauen? Warum kannst du die Truhe abbauen? Äh, abkennen, Holzfälle, Geräte rein. Hm, mach es mal zu hier. Ähm, dann würde ich das nämlich ganz gerne. Hm, wie weiß ich das denn? Ich muss mal hier noch so'n Kloß überall hinsetzen. Ja, Kloßstuhl. Jo. So, das haben wir. Dann könnten wir eigentlich auch was eh hier zumachen. Weil so viel brauchen wir ja in dem Turm hier überhaupt nicht. Ach, der gute alte E hier. Wo hast du denn den jetzt her? Hm, hm. Kann man eigentlich hier hoch. Ja, das reicht, glaube ich, für die Dings mehr als für die Truhe. Und dann kann die Truhe hier hin. Geht hier auch noch offen. Und dann kommt der Drift-Tuo. Oh nein, Truhe, bleib bitte online, geh nicht offen. Ja, ja, das ist ja so. Ja, ne. Und dann können wir ja hier den... 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 den Siegmeyer. Mist, wo ist denn jetzt hier ist eh eine Fackel drunter. Hier in der Ecke ist ne Fackel. Gut, und mehr. Doch, ich brauch' mehr. Nee, brauch' ich. Doch, ich brauch' mehr davon. da muss man schnell das lasst das Volk hier nicht fallen doch doch braucht man jetzt nicht irgendwas drin was ich nicht vor uns rausgenommen dann machen wir als folgendes um ich brauche 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 3 1 2 3 und 1 2 3 ganz schön fett du hallo hallo das sehen die alle natürlich wachst du da fabriziert ist jetzt mal fertig ja so schön hallo ich habe gar nicht schlecht man fehlt da oben wieder kein Glas aber ein Dach fehlt natürlich noch ja je nachdem ob wir das noch hörbaren wollen oder nicht äh weiß nicht reicht's so nicht eigentlich ich denke schon oder das würde das mit den mit den mit den außen fabrizierten Ring nicht mehr so toll passen weil die sind jetzt gleicher abenteil praktisch vom Dach und vom Boden jetzt geht's gut direkt hier rein kannst du dir einfach ein Loch buddeln doch doch